hey leute willkommen zurück zu yakuza 2 der gorio clan ist hier einmarschiert in kamerucho und wir müssen jetzt erstmal zur bar und dann noch zur klinik und weil dort die nämlich auch schon eingetroffen sind unsere freunde da bedrohen sagen die mich ernsthaft noch entdeckt endlich bist du aufgetaucht kasumakirio wir haben schon fast aufgegeben auf sich zu warten aber nun dass du da aber nun wo du da bist es ist zeit zum sterben der fack ist gerade passiert Ich wollte eigentlich den anderen eingreifen, aber weißt du was? Du gehst mir gerade so auf den Sack, ich glaube, ich verstecke dich damit. Alter! Okay, wie stark war bisher gerade das Messer? Hey, ich darf nicht mal Waffen aufnehmen. Die Gorion nehmen keine Gefangenen. Ich muss sie stoppen. Leute, ich habe keine Zaheit. Hihi! Was ist das? Das war's für heute. Das ist eine Netzwerkklinik. Die ist doch direkt geradeaus, naja. Ach, danke, dass du gekommen bist, Mann. Das heißt, du akzeptierst, dass das Nächstes kommt. Ja, okay, das kann ich jetzt nicht plötzlich, egal, ja, doch, cool. Hallo, verpiss dich mal. Junge. Ich mache mir Sorgen um Yuya, aber hoffentlich hält das aus. Ich muss sicherstellen, dass es Yuya und dem Star das gut geht. Ich muss mich nicht mehr so sagen, dass ich mich nicht mehr so sagen kann. Sie sind mir das, was ich! Das ist das. Ich glaube, dass ich dich zu sehen. Ich glaube, dass du viel Geld hast. Ryuji. Ryuji. Oh, das ist so schwer. Oh, ich glaube jetzt ein Bosskampf oder wie? Da muss man gegen Yuki gehen, ne doch nicht. Da muss man auch Schirröcke oder Bosskampf. Oh ja, ich glaube jetzt. Es ist eine Sana, ich bin mir dran. Ich bin dran. Oh ja, ich bin dran. Jesus. Ey, Mann, ich kann nichts machen von mir. Die halten mich da in der Kombo. Okay, cool. Die Katschen hat es gerade nicht getriggert. Ich bin der Kombo. Das war ja ziemlich langweilig. Ich dachte, der verbrennt ihn jetzt damit. Aua. Hallo, chill. Junge, verpiss dich. Ich wollte gerade den Angriff machen, aber es ging nicht. Ich bin der Fall. Was ist das? Was ist das? Ich frage mich, wenn ich mich versuche, dann wird es schwierig. Was hast du gesagt? Ich bin ein Hörger und ich bin der Stadt. Ich habe den Sinn für dich, wenn du es nicht vahsen kannst. Der Preis wird erneut. Herr Krüger... Wenn du alles verletzt, dann kommst du bei dir. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall der größten Strecke. Ich bin der Fall. Ich weiß. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Es kann nur einen Drachen geben, Kapitel 15 sind wir jetzt, ja. Vorderste Kapitel. Wir kommen langsam dem Ende nach. Wir kommen langsam zum nächsten Mal. Ja. Ich bin sehr gut, dass du mit der Begründung gegen die Begründung bist. Ich bin sehr gut, dass du mit der Begründung bist. Ich bin auch, Kazuki, wenn ich nicht in dieser Stadt bin, wenn ich nicht in dieser Stadt bin. Ich bin nicht verletzt. Ich bin nicht verletzt. Aber ich bin... Ich glaube, ich habe nichts zu tun. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Kyriu? Sie sind immer noch immer am Tag. Das ist ein ganzes Mann. Das ist die Kraft der Kamuro-Kamuro. Ich habe das noch nicht gewusst. Ich habe das nicht gewusst. Aber ich habe das nicht gewusst. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe das nicht gewusst. Ja. Das ist der Weg für mich. Das ist der Weg für den Goull. Der ist noch da. Das ist der Mann, der Mann, der Mann. Das war's für heute. Nein, ich habe das in der Stadt geblieben, um die Verkaufel zu verletzen. Warum hat das Verkaufel mit den Verkaufel mit dem Verkaufel? Nein, ich habe das Verkaufel mit einem Verkaufel, weil ich mir auch etwas anderes habe. Ich habe das Verkaufel von der Verkaufel. Aber, aber ich kann das Verkaufel mit dem Verkaufel? Das ist doch so! Ich habe das Verkaufel mit dem Verkaufel. Ich weiß nicht, dass ich das nicht verstehe. Aber ich weiß nicht, dass ich das nicht so mache. Ich bin so ein Kahn, das ist nicht so. Ich bin so ein Kahn. Kahn? Kann? Was ist das? Ich bin mir nicht verletzt. Nein, das ist nicht so. Dann mach ich das! Ja. Wengi, ich bin der letzte Nihon. Oh? Ja, ne? 50-50-Shans. Hey, du? Ich hab noch alles gehört. Mein Gott! Wird es? Es ist ein ballsackiges Szenario. Es ist ein ballsackiges Szenario. Das ist kaputt. Das ist dunkle Szenario. Es ist alles in Kahn. Es ist schon richtig altes. Das war nicht gut Matima lebt eh noch Das war nicht gut Wieso? Wieso? Was? Hast du wirklich Matima-san dazu beauftragt eine Bombe zu entschärfen? Ja Er kümmert sich gerade um die letzte Du kennst ihn Nee Egal Wir müssen ihm einfach vertrauen Ich gehe in der Zwischenzeit zum Pertatory Verstanden Ich bin fast tot Matima hat eine Bombe entschärft? Ja, das hat er erfolgreich geschafft Als wenn wir meinen erfolgreich in die Luft gesprengt Jetzt gehen wir mal Ich gehe in die Luft Ich gehe in die Luft Du kennst ihn Ich gehe in die Luft Ich gehe in die Luft Ich gehe in die Luft Das ist, dass ich in die Luft Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Zohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal bei Yakuza 2. Bis dann und ciao.